Gut, ich glaube, die Vorteile des Jobsharings sind natürlich auf der einen Seite das Private, wo man die große Möglichkeit hat, eine herausfordernde und spannende Aufgabe zu haben und trotzdem aber genügend Zeit, dass man sich in der Familie oder um sein Familienleben kümmert und die private Zeit nicht zu kurz kommt. Für mich der Mehrwert ist, unsere beiden Netzwerke optimal ausnutzen zu können, unsere Erfahrungsbereiche harmonieren perfekt miteinander und das bedeutet für mich Effektivität in dem, was wir jeden Tag tun. Genau, und das mündet dann einfach in total guten Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen und die wir auch gemeinsam schneller treffen und das hat für uns alle einen großen Benefit, würde ich sagen.